Die Wirtschaftstagung Werdenberg hat sich etabliert. Rund 250 Gäste aus der Grossregion Werdenberg-Rinntal-Lichterstein haben sich auch dermal eingefunden. Was ist der Talent und wer hat eins? Deren Fragen ging die Moderatorin Claudia Martin an. Das sind Räumlichkeiten der Firma Lippo und der EMTAG zu Grabs und dass dort ein vielzeitiges Talent beheimatet ist. Das hat der Gastgeber Martin Sulzer lukalos beleidigt. Schilberg Ress hat das Gespüren für Talent und das breit gefächert. Lebensintelligenz gehört für ihn dazu und ein super Talent muss eben halt der beste sein. Simon Amann hat sein Talent zum Unternehmer entdeckt. Das Herz aber gehört nach wie vor am Skispringen. Die Landung muss in den Bereichen ja perfekt sein. Thomas Brehm hat eindrücklich gezeigt, dass Behinderte erstaunliche Talente haben, die Unternehmen bereichern. Das Schaffhaus konnte er die Idee etablieren. Hubert Hörlimann vom Lukashaus weiss, wer Behindertenraum gibt, hat selber ein Talent und macht denen ihr Talent sichtbar. Die Miss Schweiz Nadine Vincent, übrigens auch das Gesichtsuniversum, hat nur dank viel Durchhaltewillen und Talente den Durchbruch in Hollywood geschafft. Und Walter Schöp von Gams hat mit unglaublichem Talent den Holzbau mit Patent- und Systembau revolutioniert. Und auch dafür hat er mit seiner Firma den sechsten Innovationspreis bekommen. Talent haben alle, die an Talent glauben. Das ist bei der Tagung klar geworden. Und bereit sind, eben auch Draht zu schaffen an ihrem Talent. Das gilt auch für unsere Region. Die WIGA, die regionale Leistungsschau, die es im nächsten September dann wieder gibt, zeigt das dann auch einmal mehr. Und dann gibt es auch die nächste Wirtschaftstagung. Die WIGA, die wir jetzt im nächsten Mal.